Ich hoffe, es reicht und es gibt dem Ganzen keinen Abbruch. Hallihallo Freunde und ein fettes herzlich willkommen für die neuen Zuschauer. Ich bin so, so dermaßen happy. Also nochmal vielen Dank an dich, Mattes natürlich auch. Und ja, heute geht es darum, dass wir mal indirektes Licht bauen wollen. Momentan ist es so, dass ich ja die LED-Leisten hier verbaut habe. Einige von euch kennen sie, ich stelle sie euch nochmal ganz kurz vor. Jetzt könnt ihr gerade gar nichts sehen, weil ich habe die Softbox jetzt gerade ausgemacht. Und jetzt mache ich mal die LEDs an. So sieht es aus. Das ist jetzt die dunkelste Stufe. Aber für mich ist es einfach immer noch viel zu extrem. Also es ist einfach nicht so gemütlich. Und indirektes Licht kennt wahrscheinlich jeder. Einfach viel gemütlicher, gerade wenn man morgens aufwacht oder so und diese Hütte hier anmacht. Dann ist es einfach nicht entspannt und darum kümmern wir uns jetzt mal. Ich habe so ein U-Profil gekauft und damit möchte ich jetzt quasi bewirken, dass sie indirekt an die Decke strahlen. Das wird jetzt erstmal ein Akt, das abzukriegen. Ja, da kann man mal sagen, ich habe was vernünftig gemacht. Leider zum Nachteil jetzt wieder. Damit da nicht so komische weiße Plastikprofile dranhängen, werde ich die natürlich jetzt nochmal so ein bisschen abschleifen und lackieren in der Farbe, womit ich auch meine ganzen Böbeldücher anlackiere. Ja, das haben wir auch geschafft. Das Haar ist jetzt erstmal trocknen lassen. Falls der eine oder andere sich wundert, warum ich die eine Seite nicht lackiert habe, das ist, weil ich die an die Wand kleben werde. Aber das werdet ihr dann im Folgenden sehen. Also sehen wir uns gleich in aller Frische wieder, wenn das Ganze trocken ist. Jetzt ist der nächste Tag angebrochen und es ist alles trocken. Jetzt geht es ans Anbauen. Jetzt geht es fix im Bus weiter. Entschuldige bitte die Lichtverhältnisse, aber es ist 17 Uhr und es ist einfach schon so dunkel draußen, dass ich natürlich im Bus noch weniger Licht habe. Ich arbeite jetzt mit einer Softbox und so. Ich hoffe, es reicht und das gibt dem Ganzen keinen Abbruch. Ja, es sieht schon sehr geil aus. Das fertige Produkt seht ihr natürlich ganz zum Schluss. Jetzt widmen wir uns nochmal der anderen Seite. Ja, Freunde, so sieht das Endergebnis jetzt aus. Ich finde es richtig klasse, muss ich ehrlich gestehen. Hinter mir habe ich die Leuchte jetzt einfach komplett so direkt gelassen, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier diese Klappe zumache, dann ist es eh eine indirekte Beleuchtung. Und wenn ich den Schrank aufmache und da ist die Beleuchtung volle Pulle, dann kann ich besser meine Klamotten finden. Das ist auch ein positiver Effekt. Und ansonsten, ja, an sich, wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dann sehe ich das. Und man kann das natürlich, falls es jetzt auch irgendwie zu hell ist, kann ich es noch ein bisschen runter dimmen. Und das wäre dann das Schwächste. Und sehr angenehm auf jeden Fall. Viel, viel angenehmer als vorher. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also haut rein!